hallo ich habe gerade schon ein video abgedreht und zwar geht es um meine augenbrauen ich werde euch das video unten in der infobox verlinken schaut es euch an und heute möchte ich euch gerne zeigen wie ich mich im alltag schminke ich bin mama von drei mädchen hausfrau ich bin selbstständig und will damit sagen ich bin vollkommen ausgelastet mein tag ist komplett durchorganisiert und da muss das alltags make up sehr schnell gehen und wie ich das mache zeige ich euch jetzt ich bin vollkommen ausgelastet mein tag ist und ich bin vollkommen ausgelastet mein tag ist ich bin vollkommen ausgelastet mein tag ist und 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.